Ja, herzlich willkommen zum Let's Play Together von der Survival Island. Wir werden das zu dritt machen, deswegen hier auch die drei Inseln. Ich habe die Survival Island Map runtergeladen und die dann im MCED dreimal kopiert, quasi dass wir hier drei Inseln, wie ihr hier schon seht, nebeneinander haben. Ich werde das mit zwei Freunden machen, der eine heißt Mr. Snowman und der andere Holzi. Also wir werden jetzt natürlich nicht ein vollständiges Let's Play machen, weil das wird ja mit der Zeit auch langweilig, wenn wir dann mal ein paar Phasen drin haben, wo wir zehn Minuten mal einfach nichts sagen. Deswegen werden wir pro Tag so eins bis zwei Videos aufnehmen. Das sind dann quasi so Zwischenstände, wie wir gerade stehen. Kurz zu den Regeln. Also wer stirbt, der ist aus dem Spiel raus. Das heißt, wer verreckt in seiner Insel, naja wird nicht gelöscht, aber der darf halt dann nicht mehr mitspielen. Wir haben ein paar Challenges vorbereitet. Ich kann ja mal kurz ein paar vorlesen. Ja, wir haben das jetzt, oder ich habe ein paar Challenges aufgeschrieben, in vier verschiedene Bereiche unterteilt. Da wäre einmal das Wohnen, da ist sowas dabei wie Bauer ein Bett, Bauer ein Haus, erweitere dein Haus auf zwei Stockwerke und so. Dann Verteidigung mit Rüstung bauen, Monsterfalle ist auch dabei, Schwerter bauen und verschiedene Levels zu erreichen, also erreichen, hier zum Beispiel erreiche Level 10, wäre das erste. Dann zum Minen, bauere eine Mine, finde ein Dungeon, Spitzhacken craften, Diamant finden und so weiter. Und dann noch so ein paar Special Sachen wie gehen die Hölle oder finde einen Eingang zum End. Ja, wir versuchen natürlich alle diese Aufgaben zu erfüllen. Wer dann am meisten Aufgaben hat, erledigt hat nach einer gewissen Zeit oder wer als Letzter halt überlebt, der hat dann, ja, im Prinzip gewonnen. Ja, heute wird vielleicht noch das erste Video kommen, also freut euch schon mal drauf. Und dann schreibt bitte in die Kommentare, was ihr denkt, wer denn als Erster verreckt. Also das braucht ihr natürlich jetzt noch nicht unter dieses Video schreiben, weil ihr noch nicht wisst, wie wer sich jetzt auskennt, wer jetzt sich wie auskennt, meine ich. Schreibt das einfach mal so im Laufe der Let's Plays, Let's Play Together, beziehungsweise der Aufnahmen, die wir machen werden, in die Kommentare rein. Wir werden uns sehr freuen. Jo, dann verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao.